Hallo euer Weihgüten und der Betriebsherz kommt auf unserem großen Kanal zum Kleinen von der Fan Game. Heute spielen wir zusammen Nightmare at Charles vor. Ich habe schon mal ein paar Spiele glaube ich von Charles gespielt. Mal schauen, was jetzt diesmal geht hier. Ich hoffe ich wieder ganz herzlichen Dank an unser Unterstützer, ohne dass alles nicht machbar und zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank Freunde für eure enorme Hilfe. New Game. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Eine Woche zuvor. Ich kann nichts tun, macht alles von alleine. Eine kleine Story. Sieht es sich das Kostüm jetzt an? Was in der Vergangenheit war, soll in der Vergangenheit bleiben? Oder was war? Ist geschehen? Oder wie? Oder was? 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 Was ist der budgets? Krassy. Äh. Was? Oh, jeez. Hoover over to use the flashlight to drag battery. Sleeping can make the creator think you're asleep and will... Was? Control the flashlight. Hoover over to use the flashlight. Here's... On here's flashlight. Hoover, you can't move when you sleep and this only works. What? Press hold shift to close window. Here, come on. Listen carefully. On here? Battery. Und schlafen? Ich könnte... Ah, hier kann ich schlafen. Ich kann schlafen. Schlafen. Es ist wieder so ein Spiel. Man schläft. Man schläft. Kann ich das nicht schliessen? Es ist Nacht. Wake up in the morning. 4 o'clock in the morning. 2... We couldn't sleep. Moment. You wanna know? Wir können also ganz entspannt schlafen gehen. Nice. Ich muss bitte erst mal reinarbeiten, Leute. Ganz easy. Wir haben hier Zeit. Ganz easy. Ganz easy. Wir schlafen. Wir müssen hier schlafen. So geht die Zeit anscheinend nicht rum, oder? Geh ich mal davon aus. Sleeping. Und da müssen wir halt hören, ob wir irgendwelche Geräusche hören. Können wir ihn hören? Hören wir nichts. Ja. Schlafen. Und ich habe schon ein Balken verloren. Durch dreimal Taschenlampe anmachen. Ja, ist er deppert, oder was? 12 a.m. 1 a.m. Alles easy. Alles ruhig. Wir schlafen. Hallo? No way near. Der Kaupp muss eine Decke? Really? Hier geht es an die Decke? Das hat mir ja gar keiner gesagt. Das sei doch ein Wendel. Eine Lüftung. Schlafen. Jesus. Schlafen. Really? Er war schon wieder da. Jesus. Zwei Euro? Oh, tfu! Lass dir... Noch ein paar Stabse? Nein, bitte. Wirklich? Nice. Crazy like a fool. Bye-bye, Daddy. Cool. We are dead. Moment, ich gehe mal kurz in die Options. Warte, warte. Warte, bitte. Ich mache meine Maus. Okidoki. Wir gehen natürlich zurück. X. Die Maus stört nämlich, Leute. Hauptsache blöd gemacht. Hehehe. Nightmare. Schaut vor. Nice. Gar nicht mal so schlecht, aber schon ein bisschen schwierig. Vor allem, der im Vent oben, der ist ja ganz blöd. Aber noch ist alles easy. Noch hören wir keinen. No one is coming. To the town. Du kommst hier mit rein. Horst. Das man halt hier nur einen dunklen Bildschirm hat. Das ist... Man hätte es irgendwie anders lösen können. Irgendwie finde ich. Aber... Wenn man... Wenn man schläft, dann schläft man ja, ne? Ich bin ja ganz schlecht in solchen Spielen. Ganz schlecht. In was bin ich eigentlich gut? Ich weiß es nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Dumm schwätzen. Dumm reden. Can you see me? Wir müssen halt hören. Das Geräusch kommt doch eindeutig von draußen. Warum ist dein in der Wind? Hau ab. Make my day. Pog. Ist also mysteriös. Zwei Uhr. Habt ihr ihn gesehen? Der kommt ja andauernd. Der Drecksack. Da war einer am Fenster. Einer war am Fenster. Er müsste unbedingt schlafen. Immer noch zwei Uhr. Und der andere im Wind ist immer da. Dammt. Dammt. Das war der, wo ich gesagt hab, er hat schon am Fenster. Ach so eine Scheiße aber auch. Continue. Die längere und die hier. Wie die Schönen und die Schönen. Nach wie die Schönen. Zwei Uhröger. Der letzte Mal. Bekommst du auf den Schönen? Wir haben auch schon mal Zeit. Die Schönen. weiterspielen werde ich mache jetzt mal ein paar und dann warte ich mal auf die reactions action checken hier ist keiner noch nicht hat er noch nichts zu bedeuten wir haben schon ein balken verloren ja ist es denn die möglichkeit leute aber man hat dann immer einen schwarzen bildschirm und dann ist ja lieber ich mache jetzt mal einen part das müsste jetzt mal genügen ist halt auch so ein spiel wo eben dieser schwarze bildschirm der stört mich irgendwie der lässt mich noch ein bisschen dran zweifeln oder ein bisschen unentschlossen zu sein was es betrifft hier weiter zu spielen alles nur weg im schwarzen bildschirm jetzt kommt er die ganze zeit durch die wenn ich die nacht überleben würde ja dann wäre alles fein dann wäre alles fein immer wieder mal ein kleines zwischendurch nickerchen horst jenchen ich meine jumpscares sind ja ganz nice hau ab wir haben immer noch vier balken von fünf ganz so tragisch ist noch nicht er nervt mich in der lüftung der nervt leute dies könnt ihr euch gar nicht vorstellen schlafen schlafen machen wir drei uhr schlafen schlafen Ne, Leute, Leute, no, no, no. Ich mache jetzt mal einen Part und schaue, wie die Reaktionen so von euch sind. Ob ihr das Spiel mögt, ob ihr sagt, spiel es weiter. Lass es sein, du bist eine Oberpflaume, du bist ein Duop. Ich weiß es nicht. Ihr seid gefragt, Leute. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch für's Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unseren Ostenkanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt es in die Kommentare. Aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo habt, kann man ja ändern. Einfach nur aufs Köpfe drücken, press the Headbutton to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, passt auf euch auf, übertreibt es. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen Tschö mit euch und singen die Gehäuse. Euer... Ihr wisst ja, wen ich meine. Sam Teddy, der Minion, der Restrasse, der Unterrosti, natürlich der Alte, der Sack. The Noobs, thank you and good bye, good night. Ciao. Vielleicht bleibt es auch nur bei mir angetestet. Liegt an euch. Bye bye.